dann die Produzenten noch haben. Wichtig ist, dass man auch erkennt, dass wir das Problem haben, wenn die TV-Sender mehr Geld geben zum Beispiel, dass sie unter Umständen dann argumentieren, dann gehen wir weniger ins Land, weil die geben ja auch viel ins Land. Das heißt also, es ist hier immer ein Wechselspiel, worauf es viele Parameter gibt, auf die man zu achten hat. Bei DVD geht es in der anderen Linie darum, dass wir aufgrund der Masse der Filme, der Titel, die rauskommen, und weil man die Werbe-Plattform Kino benutzt, immer näher ans Kino ran. Es ist zwar sicherlich richtig zu sagen, vom ROI her, möglichst alles zusammenschauen, dass ich möglichst mein Geld so schnell zurück habe. Wenn man aber die Folgen dann dagegen setzt, dann sieht man, dass das meines Erachtens nicht der richtige Weg ist, wie auch Studien bereits belegen. Und wir vom Kino, wir brauchen ganz klar einen Paradigmenwechsel, ich sage das Wort deswegen so gern, weil es relativ hart ist, aber am Schluss wird es ja auch so hart werden, wenn es am Schluss darum geht, ist mehr Geld da, rät es sich leichter, ist weniger Geld, da wird es schwieriger. Die Waffengleichheit ist für mich eine der wesentlichen Positionen für dieses Mal. Hat mit dem FFG alleine nichts zu tun, wird aber im Endeffekt vielleicht sogar bedeuten, dass Kino sagt, nee, wir zahlen gar nichts mehr. Wir brauchen unser Geld die nächsten fünf bis sechs Jahre selber, wenn uns keiner hilft. Wobei ich daran nicht glaube, weil ich weiß, dass Bund und die Länder eigentlich das Kino auch im regionalen Bereich extrem schätzen und hier ihr Kulturgut keinesfalls aufgeben wollen. Das heißt, ich bin guter Dinge, dass es funktionieren wird, dass wir eine Lösung hinkriegen. Das andere ist, ich brauche in Zukunft auch die Unterstützung der TV-Sender, Kino muss wieder in werden. Das heißt, ich muss auch bewerben. Das kann ich nicht machen, wie jetzt mit 1,2 Millionen Euro im Jahr und mit Wartegeschäften, die das Kino wieder selber trägt, in Höhe von sechs bis acht Millionen. Ich muss meinen Investitionsstau besagen und ich muss eines, und das kann ich auch zum Teil über das FFG machen, ich muss meine Liquidität erhöhen. Wie kann ich das machen? Indem ich bestehende Darlehen zum Beispiel teilweise erlasse, indem ich bei Anträgen in Zukunft einen teilverlorenen Zuschuss nehme und einen Teildarlehen mache. Das war die Einführung. Darum geht es heute. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke. Dann bitte ich den Thomas Nägele gleich zu mir, hier Platz zu nehmen. Vielen Dank für die Benennung der wichtigsten Streitpunkte, die wir bei allen drei Themen haben, aber auch der Punkte, die den meisten Reibungsverlust wahrscheinlich verursachen, um hier weiterzukommen. Vielen Dank auch für diese gut genutzte Viertelstunde Einführungszeit. Ich bitte jetzt als Nächsten, wir gehen gleich ins erste Thema und das ist digitale Kinowerbung. Ich bitte Oliver Roth ans Podium. Oliver Roth ist der Geschäftsführer der Pilot Group in München, eine große, eine wichtige Mediaagentur, Werbeagentur, die, das hat er mir im Vorgespräch gesagt, nicht etwa irgendwelche Budgets verteilt, sondern dort wird gewissenhaft geplant, was denn die richtigen Bereiche sind, in denen die Werbespendings dann schließlich landen. Und er wird uns vielleicht jetzt auch sagen, ob das, was Thomas Nägele auch eingangs seines Vortrags schon mal klargemacht hat, die Talsohle sei erreicht, ob sie denn erreicht ist bei der Kinowerbung. Bitteschön. Vielen Dank. Guten Morgen. Ja, ich habe einfach mal ein paar Charts mitgebracht, um aus der Sicht einer Mediaagentur Ihnen einfach mal zu zeigen, wie wir gerade das Thema Kino sehen, wobei ich spreche im Plural, das trifft natürlich dann erstmal meine eigene Sicht. Ich denke, wenn man hier einen anderen Vertreter aus der Mediaagenturbranche nimmt, dann werden da auch ein paar andere Aspekte noch kommen. Ja, es werden an der einen oder anderen Stelle, es sind sicherlich auch mit Absicht, vielen Dank, zwei, drei provokantere Thesen dabei, bei denen allerdings deutlich mehr Wahrheit dahinter steckt, als man dann vielleicht auch gerne mal niederbügeln möchte. Ja, jetzt einfach mal aus Agentursicht, wenn wir uns das Medium Kino so anschauen, da war eigentlich das Jahr 2006 war irgendwie toll. Wir hatten eine Steigerung zum Vorjahresergebnis von 7,4 Prozent, wir haben 137 Millionen Besucher gehabt, wir haben eine Umsatzerhöhung von 9 Prozent, mit einem Jahresendergebnis von 814 Millionen Euro. Die Steigerung der Werbeaufwendung war um 4,4 Prozent, fast 4 Millionen im Vergleich zum Jahr 2005, auf eine Summe, die aus unserem System raus zu analysieren ist, von knapp 90 Millionen Euro, exklusive Zigarette allerdings an dieser Stelle. Zigarette wird bei uns nicht ausgewiesen. Die deutschen Filme steigerten ihren Besucheranteil auf 25,4 Prozent, wir hatten das Parfum. aber noch die Sein Geist